So, ich werde der Welt jetzt beweisen, dass ich nicht verrückt bin. Sprich, du blöder Kürbis, so wie du es gerade eben getan hast. Hahahaha, die anderen können dich nicht hören, Max. Ich bin nur in deinem Kopf. Bob, der Kürbis macht mich noch wahnsinnig. Ich hoffe, ihr habt ihn jetzt auch sprechen gehört. Ansonsten weiß ich auch nicht mehr, was ich tun soll. Verdammt!